Machen wir mal Stress im Dingsbums und raus. Oh, da gehen viele hin. Einer ist vor uns da. Weit vor uns. Nehmen wir die Häuser da? Ja, oder? Ich glaube, dann nehme ich die Häuser direkt unter mir. Oh, Schuhe. Ja, das gefällt mir. Das musst du mal zusammenbringen. Schuhe und Hose. Ich kann mich hier komplett neu einkliden. Dass sie das noch nicht rausgenommen haben, verstehe ich echt nicht. Für was ist die scheiß Kleidung da drin? Keine. Nehmt nur unnötig Loot weg. Ich habe aber auch immer ein Glück mit den Waffen. Das ist unglaublich. Brechstange. Und nicht mal eine Pistole. Komm, spring drüber. Bitte, danke. Jawohl, ich kann schießen. Wenn der Loot so beschießen ist, muss man in der Zone sein. Irgendeinen Vorteil muss es hier haben. Okay. Was schlagen sie vor? Ich renne zu den Blumenkern, die... Okay, alles klar. Und dass da noch keine Schüsse gefallen sind. Da sind drei Teams runter. Die anderen sind rechts gelandet. Äußern. Das eine Team ist da vorne drin gelandet. Okay, ich versuche es mal ein bisschen zu spotten. Mit meiner Brechstange. Wow, riesen lag. Ich habe aber, ich sehe einen. Okay. Mit dem großen Gebäude drin. Kommt jetzt noch eine Gruppe von hinten. Einer sitzt ganz oben auf diesem Dach draußen. Das ist jetzt doof. Ich bin genau bei denen, wo die jetzt hingefahren sind. Auf dich? Nein, nein. Shit, der kommt rein zu mir. Schieße. Durch die Stangen. Das ist eine ganz schlaue Idee. Kein einziger Schuss beim Dauerfeuer getroffen. Alles in die Stangen rennen. Ich muss da weg. Ich habe nur noch 15 Schuss. Alles. Alles. Ich war genau drauf. Alles ins Metall. Alles. Schritte rechts im Gebäude. Also meine Richtung Richtung Nordosten. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen, den Arsch. Hör bei mir. Alter, wieso treffe ich immer nur die scheiß Stangen? Der ist genau vor mir. Musst du aufpassen, er ist in deine Richtung gelaufen. Das ist lockt. Anders tot. Alter, immer die Stangen. Du schießt auf dich, gell? Nein, ich habe auf ihn geschossen. Wo ist er? Eines ist über mir. Okay. Ich denke, es ist oben. Kommt schon wieder ein Fahrzeug. Der ist jetzt über mir. Alter, rennt raus. Ich will raus. Okay, ich habe nur noch 6 Schuss, gell? Ah, da liegt ja eine Waffe. Nicht sterben. Ist er noch oben oder unten? Ganz oben. Genau. Draußen? Nein, immer noch oben. Ja, aber oben draußen oder? Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt hoch. Achtung. Wo ist denn hier die Treppe? Die ist ohne gestorben. Okay. Das sehen tust du nicht mehr, gell? Ja. Oh, der hat mich geschossen. Okay. Wo kommt man hier am schnellsten raus? Nirgendwo. Von oben runter springen. Ich wollte ihn jetzt umlaufen, aber ich komme hier nirgendwo raus. Ich sehe nicht. Da ist das Kumpf fest drauf. Hier spring runter. Bitte spring runter, danke. Ah, jetzt habe ich nicht gesehen. Leider eine Schrot jetzt zum Kämpfen. Hast du den Toten schon gelootet? Nein. Ich ziehe mal raus. Really, Alter? Bin ich jetzt drinnen? Der hat noch eine Mini drin. Ja, ich bin fest. Ich komme hoch und versuche dich zu pushen. Ich habe leider auch kein Scope und nichts. Ja. Der ist draußen an der Mauer. Richtung Süden? Ja. Okay. Links an der Mauer. Okay. Ich gehe halt hier. Oh, bist du runtergefallen? Ich bin bei der Oben festgelegt. Okay. Ich versuche dann auch raus zu schießen. Achtung, vor dir. Gut. Okay. Also der hier hat noch eine Mini-14, falls du so willst. Ich nehme den seinen Equipment hier. Okay. Ich habe jetzt die Saiga und die M4. Richtung Nordosten ist ja einer noch gefahren. Hier waren sie auch drin. Okay, bitte. Lass mich doch darüber springen. Danke. Nehmen wir an, du hast keine Scopes, oder? Nein, ich habe bloß einen 8-fach. Ja, ich sehe das mal kurz. Vielen Dank. Ich laufe mal fort zur Scheune, oder? Ich habe keinen Plan, wo die kürzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch in der Scheune sind, aber vielleicht. Ich laufe mal außen rum. Ich laufe mal außen rum. Ich laufe mal außen rum. Ich glaube hier wurde schon gelootet, das lag nur eine Pfanne drin, sonst nix mit einem Rucksack. So, wir müssen jetzt eh weit, oder? Ich denke, wir werden da noch im großen Gebäude sein. Ich schüttere noch keinen Wert. Ich schüttere noch keinen Wert. So schüttere ich keine gehört. Ich schüttere noch keinen Wert. 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 Läufe, die Grüze. Hm, keine Ahnung wo die sind. Vielleicht sind sie schon weiter. Oh, da liegt noch ein Rei stehen. sehr schön nehmen dann laufen wir wieder rein oder blicken zweier wirst obwohl dreier wester halte ich immer stark an dass er dann rüber zu den gelben häusern sind ja deswegen haben wir gesagt ob der heile maus rechts fährt jemand auf der straße auf mich zu einmal getroffen zweimal getroffen noch ein auto hinter uns ich habe hinaus genannt von dem motorrad oder keine ahnung was das da gefahren ist von dem habe ich auf jeden fall hinaus genannt ausgenannt fahrzeug aus tief rausgeballert das war so ein lucky shot pass auf wir sind jetzt getrennt hätte ich nicht für möglich gehalten dass ich den erwisch das fahrzeug kommt vielleicht zurück ja ja der hebt den wieder auf auch schade leider kein lucky shot mehr schießen die auf dich oder du ich komme wieder zu dir in welche richtung soll ich durch die kann es sonst lauf wieder durchs kraftwerk noch mal der ist aber nicht reingelaufen oder nach südwesten weggelaufen ja 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 aber noch der rest der andere gammelt auch noch im baum und meid ist ein bisschen anders Pass auf, du bist fast down, ja? Ich habe ihn einmal getrunnert, das war's glaube ich du. Der ist tot. Der ist tot, ich habe jetzt schon zweimal getroffen. Hinten an dem Stein war aber noch einer. Ok, darauf wo der hin wollte, oder was? Genau. Ja, er läuft. Hat hit. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Er sitzt an dem Wagen, rechts neben dem Strom. Ok. Ich versuche mal zu umlaufen. Hier ist so eine schöne Senke. Ah, da kriegt er vor mir. Er kriegt genau auf meinen Baum zu. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Ist klar, dass der Wichser trifft. Siehst ihn? Genau, da liegt er. Achso, mein Gott. Den anderen hast du gelootet? Naja, bin ich leider nicht mehr. Sollten wir vielleicht noch holen. Gott, der hätte auch nichts. Ich schnappe mal eins. Achtfach hast du eh schon. Sollten wir es den Loot vielleicht holen. Wo liegt der noch? Ähm, am Stein bitte. Wie lange der wenn einer hinläuft. Ich höre mich mal. Oh shit. Angeschlagen wird er noch nicht hinlaufen. Alter leg dich doch hin. Er steht auf zum heilen. Ist das ein neues Feature, oder was? Gott im Himmel. Was ein Monger. Soll ich es riskieren mit dem hinlaufen? Ich sehe auch die Kiste nicht. Ich riskiere es mal. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir kriegen. Na doch, das ist nicht viel. Hinter dem Stein liegt. Ich hoffe, dass der Heilung hat. Alles was das Herz begehrt. Beeilt dich ja wohl. Ja, bin schon wieder auf dem Weg zurück. Ja, die jede Menge 75 plus Heilung gehabt. Ich hoffe. Das war jetzt auch alles gelootet. Und nicht nur Loot Geräusch. Das geht mir am meisten am Sack. Das ist Loot Geräusch aber nicht mitgenommen. So. Auto Richtung Westen. Genau auf dich zu. Wird genau auf dich zu. Pass auf. Naja. 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 Ich bin ausgestiegen. Naja. Ich bin leider weit weg. Aber ich komme eh mit Runboost. Naja. Ich kann den vielleicht wunderbar in den Rücken fallen. Schau, dass du am Leben bleibst. Gleich da. In deine Blickrichtung oder was? Na, wenn ich jetzt in deine Richtung gucke. Da am Baum vor mir. Naja. Naja. Ich bin jetzt am Auto. Oh, die sind aber weit gelaufen. Warte, von dir aus rechts. Ja, ich sehe. Der einen. Einen habe ich ausgenockt. Ja. Ja. Ich habe ihn gesehen. Alter, da ist noch einer bei mir. Da muss noch einer sein. Ich kann nichts sehen. Ich sehe ihn leider auch nicht. Ich habe das geworfen. Das Problem ist nur, ich muss jetzt schauen, dass ich in die Zone komme. Sonst sterbe ich da. Komm, 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 komm. Oh Gott, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe mich verschätzt. Total verschätzt. Ich muss mich hier aufheben. Gleich, ja. Bin drin. Gott, ich habe den so oft wieder, keine Ahnung, Hits am Arsch. Der ist noch genau am Ding dran. Aber ich habe den Kill nicht gekriegt, gell? Ich weiß nicht, der konnte den nicht aufheben. Was soll er hin? Weiß ich noch nicht. Äh, probier. Glaubsschritte. Also, dass da wieder keine Granate getroffen hat. Echt. Das fuckt mir ein bisschen ab. Ich muss mich dann da erstmal reinlegen. Gleich vor mir. Auf dem Hügel. An dem Stein oben drauf. Zwei Mann. Okay. Direkt der Hügel, auf den ich zulauf jetzt? Autofol in meine Blickrichtung. Ah, da sieht mich. Die sehen mich. Jawoll. Direkter Kill. Waren beide, gell? Ja. 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 Warte mal, alter Siebenkoffer. Willst du mich verarschen? D-d-d-d-d-d-d-d. Nehm mal alles mit. Buch, ich habe noch gar keinen Helm gehabt. Geil. Das muss ich auch mal zusammenbringen. Zone kommt. Aber wir sind glaube ich drin, oder? Nein, wir sind noch nicht drin. Nein, nicht ganz. Was ist jetzt eigentlich mit dem da drüben am Baum passiert? Ich habe 15 Energy und 3 Schmerzmittel. Und 7 Koffer. Brauche ich irgendwas? 2 Koffer. Ich droppe mal da vorne am Baum. So. Ich droppe mal 3 Koffer. Ja. Sehr schön. Koffer liegen da vorne. Brauchst du 75 Plus auch noch? Naja. Ich droppe da mal 7. Bitteschön. Und dann booste ich mich jetzt mal. Da muss ich halt so vieles wie es geht auf jeden Fall. Einer hat aber jeden 3er Rucksack gehabt. Ich habe ja einen. Achso. Mal gucken, ob die vielleicht einen... eine vielleicht einen Helm zu machen. Ich habe einen gesehen. Norden 2 Mal. Schießen? Ach shit. Sehe den einen leider nicht, weil der genau wieder am Gezuppel ist. Ja. Wir müssen dann eh... Geh mal runter. Zona. Ja, die sind in dem Arschlochhaus. In dem Arschlochhaus. Ich weiß auch immer, dass das Arschlochhaus ist. Ja, diese kleinen Fackbohäuschen. Also, das Scheißhaus. Okay, alles klar. Links von uns. Da ist gerade einer. Ja, ich sehe es. Alter. Achte, da ist noch einer. Pass auf, du. Da sind zwei. Alter. Einer steht aber außerhalb der Zone. Ja. Alter, das war wieder laggy. Ich sehe sie nicht mehr. Aber wir sind in der Zone. Ja. Ich bin noch etwas weiter hinten. Sonst kann keiner... Dass dir keiner am Rücken fallen kann. Sollten schon in die nächste gleich gehen, oder? Ja, die kriegen sich gerade selber. Die müssen auf die andere Seite vom Zaun, gell? Was? Laufhälter, Laufhälter, Laufhälter. Aus dem Tower. Ich bin durch. Achtung. Das sind nur noch die Zweige. Wir werden vielleicht pushen. Und Laufhälter. Wir müssen rüber auf die andere Seite vom Zaun. Laufhälter, Laufhälter. Hast du keinen Helm mehr? Jawohl. Sehr schön. Alter, kommen die genau dann hin, wenn ich gerade um die Ecke gehe. Leck mich am Arsch. Hm? Ich habe vier. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben. Ein freundliches Hallo könnt ihr mir auch in den Kommentaren da lassen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach subscriben. In diesem Sinn, einen schönen Abend. Eine geruhsame Nacht. Haut herein.